der wirkte der wirkte nicht an einer stelle nicht gleichmäßig dick sondern wirklich irgendwie so aufgetrieben sah das aus jetzt geht es dem besser glaubst du mir und der hat geschrieben der eine wie er es macht der macht das einmal die woche wir müssen es ein bisschen enger machen denke ich weil es fünf sind die macht seine wette und einmal die woche tut er das becken reinigen und nach einer halben stunde dann kommen die würstchen